Hallo, mein Name ist Manuel Helderer, ich bin 14 Jahre alt und ich spiele als Torwart. Ich habe davor bei zwei Jungen gespielt und Ronaldo ist mein Vorbild. Ich nehme bei FIFA immer Manchester City und meine persönlichen Ziele sind, Profi zu werden. Meine Ziele mit der Mannschaft sind, in die Regionalliga aufzusteigen. Super, Dankeschön.